Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden. Was erlauben Schulz? Es ist gerichtet an die AfD. Schöne Grüße an die anwesenden Querdenker. Was erlauben Schulz? Also, Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Das ist das, was wir der AfD schon immer mal mitteilen wollen. Was erlauben Schulz? Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Was erlauben Schulz? Ich habe fertig.